ARD Text im Auftrag von Funk Alter, V-Poseido geht ab Er hat einfach Doppeltouch durchgezogen Alter Gegen den Nascula, war der letztes Mal auch dabei oder war das ein anderer? Weiß ich nicht Hörst du da, ja Ich hab gesehen, dass er rückwärts hat, darum bin ich gestartet Ey, er rammt mich weg Was hat der für ein Level? Er hat er versteckt natürlich, ist klar Ey, die sind in der Luft richtig gut, da müssen wir aufpassen Ja, hab ich schon gemerkt Das Gula rollt einfach auf dem Dach durch die Gegend Die brauchen die noch nicht, die sind so schön Nein, ich dachte ich kann man dem auch noch vorbeigedribbelt Oh verdammt Den habe ich gefällt Oh mein Gott Also ich wäre auch dran gewesen Ich auch, aber Den Zeiler war nicht so schön Ich hab Herzinfarkt bekommen, weil ich war auch nochmal hinter dir und den hätte ich auch noch... Oh shit Au Au Du Nein Hab ich auch noch ausgespielt, Fred Ich hab ihn aber gar nicht getroffen Näch? der wächser ich habe euch alle weg das war ich das war ich aber ich habe euch alle beide mit dem ball ausgeräumt also darf ich das oder ich werde dringend gewesen glaube ich ich habe kein boost ich bin viel zu hoch ja nein warum bin ich jetzt so beschleunigt und aus ups das war mein wir sind noch besser geworden als vorher der typ ging voll schon so ab und ich habe ihn aber fast rausgeholt aber ich glaube die waren vorhin hatten die glaube ich ich weiß nicht ob die vorhin ihr ding auch schon verdeckt hatten aber ich würde mir eigentlich einen vollen stand da noch irgendwas von experte ups da konnte ich nichts für ich habe mitgemacht jetzt aber der hat angefangen aber er hat recht das ist bullshit gegen die weiter zu spielen bei einem 3 0 schaffen wir nicht drei Tore gegen die ne minus 8 ja ich auch die waren gut ja die waren echt gut von dieser häuschen ich bin der Meinung vorhin haben wir gegen die aber auch nur knapp gewonnen ja ja mit einem tor in 13 sekunden verschluss glaube ich war das das ja aber da hat ja auch schon solche Tore geschossen diesmal hatte aber mehr chancen dafür ja boah ey ich habe erst mal dieses panda gesehen da und dachte oh nein wieder die tritt alter wie behindert es der weggeschworen ja nein alter wie behindert ist der weggeschworen ja ok was macht stress da er flippt über ein er flippt einfach unter dem ball durch er flippt einfach unter dem ball durch Sehr schön. Schade. Ja, du warst der vorderste von uns allen. Dann hast du den Ball auch noch nach vorne beschleunigt, aber ich konnte den zumindest bremsen. Ah, der hat doch sehen müssen, dass keiner von uns da ist. Okay, den geht nicht. Okay, Vorlage. Lass, lass. Ah, Mann. Ich hatte Angst, dass du reinspringst, darum habe ich noch mal gebremst. Vor allem wäre ich fast gegen dich gefahren. Ich wusste leider nicht, von welcher Seite du kommst. Von direkt vor dir war ich. Sehr schön. Ah, toll. Geht er rein? Ja. Ah. Hast du ihn jetzt noch reingemacht? Ich glaube schon. Für halb. Also er wäre so oder so rein, aber ich glaube du hast ihn reingebeschleunigt vor allem. Ich habe versucht ihn rüber zu schießen. Aber beim Rückwärtsseite, dass er da nach hinten fliegt, ist auch ein bisschen. Achso, hübs noch. Warum bleibt der stehen? Wenn ich doch schon schreibe, schießt du. Warum bleibt man dann stehen? Der hat sich nicht mehr Bus geholt. Der ist einfach nur stehen geblieben. Ah, fetter. Okay, wir müssen den jetzt irgendwie wieder hier von unserem Tor wegkriegen, weil das ist saugefährlich, was die da... Oh, Interneteinbrüche. Ah. Habe ich da wirklich eine Glatzparade mit einem 60er oder 70er Ping gemacht? Will der jetzt wirklich aufgeben? Ja sorry, ich konnte ihn nicht schön erklären, weil ich hatte Ruckel ohne Ende. Ah, den danach konnte ich aber auch nicht mehr kriegen. Der Stress spielt aber auch etwas hoch. Im Ernst, was sollte das denn? Er hat mich voll abgeschossen. Also nicht, ich meine nicht von dir, sondern von dir. Hat er dich nicht gesehen? Keine Ahnung, er hat mich auf jeden Fall voll abgeschossen. Nein, der Doppel-Tipp hätte fast geklappt. Nein, der Doppel-Tipp hätte fast geklappt. Boah, Lager. Ach so. Ein bisschen schwierig gesagt. Ah, ich habe es fast bekommen. Nein, ich kann noch nicht mehr mit, den wir nicht esosgelassen haben. Da gibt es noch. Das ist schon gut. Ich habe das Gefühl, dass wir die Bange haben. Ich habe es auch noch seit einem Jahrzehundert Flynn bekommen. Ich habe es nur noch einen Jahrzehundert zu. Und wenn ich die Bange haben... Haha, Doppeltipp Wichser Nein Es steht natürlich da hinten der nächste, wenn ich den so geil ausspiele Und den auch wieder mit dem Wandball ausgespielt Ey, gerade habe ich es mit der Wand Oh nice Ihn hat er auch wieder sehr schön reingegeben, also voll lang kann er Ich mache mal wieder gar nichts Ich habe ihn, ich habe ihn Oh shit, wer war das jetzt? Irgendeiner von denen Ah, den hat er auch wieder versucht vorzulegen Ja, den Also den voll lang machen ist er gut Oh my god, oh my god Yes Mama Haha Woo Der war doch mal eher pass Du pass Und ich dann einfach nur Ey, wir haben einfach alle drei geschossen irgendwie Vor allen Dingen, er ist auch besser als ich Ja, weil er Vorlagen raushaut Oh, der kommt ja gar nicht so kacke Oh nice Er ist von unten leider noch gegengesprungen Schön Boah Plus 10 Wertvollster Spieler Echt? Warum bekommst du so viel? Ja, weil ich einfach wertvoll bin, okay? Achso Das Spiel hat endlich erkannt, dass man den wertvollen Spielern mehr Punkte geben muss und nicht weniger Wenn ich der wertvollste bin, bekomm ich aber auch immer Ja, entweder gleich viel wie du oder weniger So, auf jeden Fall haben wir jetzt ein 1 zu 1 und gehen jetzt in die Entscheidungszone Gegen die Geek Fighters Und Jackie Ich trau dem Buben jetzt nicht Ah gut, er fährt doch Ah, schade Den hätte ich gemacht Wenn der runtergekommen wäre Sorry, ich wollte ihn wegheben Kein Problem Ich hab den Ball behalten Der nächste von Also unser Teamkollege ist auch noch mal gegen mich gefahren Danach aus Sorry Aber jetzt So, der kommt Ausgespielt Ausgespielt Und ausgespielt Ihr Wichser Das war wieder ein 4x Luftball Und jetzt Oh, oh, oh Nice Ich hätt'n aber auch gehabt Er sankt auch Ja Weil er das, der sorry gesagt hat Oder Nee, nee Also zu dem Oder War das schon vorher Das war schon vorher Irgendwie Keine Ahnung Auf jeden Fall war der richtig geil Aber ich hätt'n auch gehabt Er fährt nicht Ich hab's aber geschrieben Ah, er ist trotzdem nicht gefahren Aber er ist uns vorgefahren Ja Das ist ja zumindest schon mein Anfang Achtung Der ist nicht schlecht Ja, schön Den mach ich Ah, nee, doch nicht Den mach ich Ah, ich wurde abgedrängt Scheiß Gigfighter Wo ist Wummelz? Hinten Ups Da war ich zu schnell Da konnte Hummelz aber auch nichts machen Der ist so richtig behindert weggesprungen Und da war ich zu schnell, siehste Konnt' ich nicht mehr wegtrainen Ich fahr Ja Ich hab's beide ausgespielt Aber es hat nichts gebracht, leider So Hummelz, do it Achtung, der kommt Ja Oh fuck, es war keine schöne AuClear Sorry Ich Kommt wieder Oh Schade Schon wieder Die Hummelz fährt Oh Sorry Nein, kein Problem Das ist mir hingelegt Aber ich fail Ich hätte ein bisschen mehr driften müssen Dann wär ich gekommen Oh, sorry Sorry, sorry War ich Aber der hat mich quasi weggeschossen Ciao Erst legt dann so behindert vor Und dann will ich nehmen Und dann das Der ging halt mir vorbei Einfach so Ja, mehr Lack als sonst was Egal, das holen wir uns schon wieder Keine Sorge Ich Yes Ich hab endlich mal wieder einen in der Mitte getroffen Es sind ja immer noch meine schwächsten Neben den Rückwärtswellen Keine Ahnung Sobald der Ball in der Mitte in der Luft ist Wie so ein Fluch Ich treff nicht mehr Vor uns am Tor Vom gegnerischen Tor ich treff Ich weiß nicht, ob das mit den Wänden zusammenhängt Dass ich da keine Fixpunkte hab Wo ich mich orientieren kann oder so Auf jeden Fall die mittleren treff ich total selten Oh Ich hab den abgeschossen Ah, jetzt probier's ich Aber ich glaub Oh, Hummelz Ich hab ihn abgefälscht Oh, zum Glück, ey Oh Könnt was werden Oh, Hummelz zu weit oben Hatte die bessere Schussposition als er Ach, schau Aber der hat auch so eine Torwartkarre So, der ist perfekt auf Hummelz Jetzt soll er Oh nein, er verkackt wieder Oh, 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 oh Nein, ich hab zu langsam Schön So, ich hoff den Oh nein Daneben Ah, Nachschluss Oh, das hast du ja nicht gleich gesehen Ich hab hier gewartet Auf dem Fall rückzieht Ja, ich glaub Das verlieren wir in der Entscheidungsrunde Außer wir hauen jetzt ziemlich rein Ich hab erstmal den gefällt Sau schön den abgenommen Es war auch nur spekuliert Dass der den so rein spielt Kommt jetzt nach vorne Yes Also wenigstens nicht noch rein schau Oh, was macht der? Ah, nein Tripling like a motherfucker Naja, wir haben ja noch mal zu Ja, ja, das geht schon Dann hab ich mir gedacht Okay, ich nehm den Ballast-Trippel Wenn du jetzt drifst, haben wir gute Schossen Oh, 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 oh Yes Nice Erstmal guter Pass beim Ende Das war so genial Ich bin einfach auf den Dünn gesprungen Ach, der steht drüben Dann hab ich ihn lieber Komm, noch eins Sorry Hol' ihn da Du fährst Ich fahr Ach, der schießt Ah, daneben Nicht sehr schön von mir gekleert Was, der hat den verlängert? Ups Ich bin aber nicht gesehen Nice Ach, schade Da stand noch einer, leider Ich hab auch schon gedacht, ich kann jetzt nichts feiern Weil ich beide ausgespielt hab Aber da stand da einfach noch der dritte So, komm schon Jetzt, jetzt I hope it's Yes Und der Garymoo Naja, war so halbrichtig Oh, nice Ranks Gar nicht so viel Wie viel hab ich jetzt rank? 390 Ich hab Silber mit Doppel E geschrieben Auf jeden Fall haben wir mal wieder in der Folge den Sieg gehört Wir sehen uns in der nächsten Folge Bis dahin Servus und Ciao Tschüss Ich hab Silber mit Doppel E Bis zum nächsten Mal.